Unsere Städte haben einen riesigen Energiebedarf. Das macht sie zu Hauptakteuren der Energiewende. Damit diese Erfolg hat, müssen die Treibhausgasemissionen sinken. Laut Klimaschutzgesetz mindestens 65 Prozent bis 2030. Wenn wir bedenken, dass 2030 aus Sicht für die Modernisierung von Infrastrukturen praktisch morgen ist, müssen wir jetzt handeln. Wir sind im hessischen Bad Hersfeld. Hier testet das Softwareunternehmen UI eine Straßenbeleuchtung, die intelligent auf ihre Umgebung reagiert. Die Einsparpotenziale im Bereich der Straßenbeleuchtung sind enorm. Wir reden von 70 bis 80 Prozent Energieeinsparung und das übersetzt sich direkt in CO2-Reduktion. Mein Name ist Lutz Heuser, ich bin der Geschäftsführer der Gesellschafter von UI. Die Anforderungen an das Licht unserer Städte sind widersprüchlich. Einerseits soll es hell und verkehrssicher sein, andererseits aber energiesparend, insektenfreundlich und ökologisch. Das lässt sich mit einer herkömmlichen Straßenbeleuchtung nicht erreichen. Anders hier. Das Beleuchtungssystem in Bad Hersfeld sieht so aus, dass die Straßenbeleuchtung entlang des Bedarfes gesteuert wird. Das heißt einerseits verkehrsabhängig, witterungsabhängig und in Abhängigkeit der Bürgerbedürfnisse. Mit Sensoren bestückte Laternen sammeln vor Ort Daten, die von einer zentralen Plattform analysiert werden. Mithilfe einer smarten Steuerung werden dann in Echtzeit Helligkeit, Lichttemperatur oder der Abstrahlwinkel angepasst. Energieeffizient und insektenfreundlich. Und sogar die Bürger und Bürgerinnen können mithilfe einer App ihre öffentliche Beleuchtung steuern. Die Bürgerbeteiligung und die App war uns im Sinne der Transparenz und auch der Akzeptanz wichtig, da wir aus Erfahrung wissen, dass es hier sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt in puncto Sicherheit, aber auch dem Helligkeitsempfinden. Im Mittelpunkt steht jedoch das große Einsparpotenzial, sowohl bei den Betriebskosten als auch den CO2-Emissionen. Im Energiehaushalt einer Stadt verursacht die Straßenbeleuchtung Ausgaben von bis zu 50 Prozent. Energiesparende LEDs senken den Energiebedarf hier schon um bis zu 70 Prozent. Eine intelligente sensorgesteuerte Straßenbeleuchtung wie in Bad Hersfeld sogar bis zu 90 Prozent. Und nicht nur in Deutschland ist der Modernisierungsbedarf groß. Nach Berichten der EU-Kommission ist allein in Europa ein Innovationsstau im Bereich der Straßenbeleuchtung von circa 70 Prozent. Diese zu modernisieren in der Art und Weise, wie wir das in Bad Hersfeld umgesetzt haben, ist ein enormes Potenzial. Neben der Straßenbeleuchtung kann die gesamte urbane Infrastruktur durch digitale Vernetzung profitieren. Intelligent genutzt machen Daten über Mobilität, Abfallmanagement oder Lärmpegel unsere Städte energieeffizienter, transparenter und damit nachhaltiger. Und das Ganze schon jetzt. Denn die Grundlagen sind geschaffen, die Technologien sind da, das Verständnis ist da. Wir müssen jetzt den Rollout hinbekommen, sodass wir gemeinsam unsere Klimaschutzziele erreichen können. Diese unbeliebungen sind da. Untertitelung des ZDF, 2020